Hey Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Once Human und heute wollte ich euch mal zeigen, was mit eines der effektivsten Werkzeuge ist, dass ihr euch auf jeden Fall in Once Human so schnell wie möglich besorgen sollt. Dabei geht es um den solarbetriebenen Bohrer. Den sehen wir hier, wenn wir ins Inventar gehen. Bei den Werkzeugen ist er hier drin. Ist auch legendary, wenn man das so nennen möchte. Und das ist er tatsächlich. Der solarbetriebene Bohrer ist im Endeffekt eine Kombination aus zwei Spezialisierungen. Das heißt, wenn wir hier in die Wiege gehen, in die Mimetics, dann haben wir hier die Spezialisierungen und da haben wir auf der einen Seite hier unten die Spezialisierung elektrischer Bohrer, Schatzjäger. Hier, verbessert Formel, elektrischer Bohrer profitiert von plus 100%. Ertragt beim Abbau von Golderz, Silbererz und Sternspurerz mit einem elektrischen Bohrer. Das heißt, ihr kriegt Silber, Gold und im Endeffekt das Erz für den Sternstaub, was man hier abbauen und dann mit der anderen Spezialisierung, das wäre die Spezialisierung für Ölverarbeitung, wo man eben das Sternstauberz und Treibstoffgemisch in Sternstaub umwandeln kann. Oder eben Gold und Silber mit der Edelmetallverarbeitung in Gold und Silberbahnen umzuwandeln, die man eben auch verkaufen kann in die Ingame-PCs für sehr, sehr, sehr viel Ingame-Geld, also die Energielinks, die man ja auch braucht. Und hier bekommt ihr also 100% Ertrag. Jetzt gibt es aber noch eine zusätzliche Spezialisierung darauf, falls ihr die auch noch haben solltet. Und das ist eben der Solarbohrer und wie ihr hier sehen könnt, der Solarbohrer lädt sich an sonnigen Tagen selbst auf und die Erträge, jetzt kommt's, beim Abbau von Kupfer, Zinnerz, Eisenerz, Aluminium und Wolfram erhöhen sich um 40%. Das heißt, dieser Mori hat nicht nur die Möglichkeit mit Schatzjäger eben 100% Ertrag auf Silber, Gold und Sternstaub zu bekommen, sondern eben auch auf die normalen Ärzte, die man ja ständig braucht. Und zwar 40% davon, plus on top ist es ein Solarbohrer. Bedeutet, wenn ihr unterwegs seid in der Welt und es ist zum Beispiel sonnig, dann lädt der sich automatisch wieder auf. Das bedeutet, der Verbrauch, wenn wir den jetzt mal unten reinziehen, könnt ihr es ja sehen, hier unten diese weiße Leiste, Haltbarkeit, seht ihr jetzt, 50 von 50, die geht ja immer runter, je mehr man ihn verbraucht. Wenn der komplett weg ist, die Haltbarkeit auf Null ist, dann ist er zerstört und man muss einen komplett neuen Bohrer bauen. Und da muss ich euch natürlich ganz vorsichtig warnen auch, dass ihr, wenn ihr den Solarbohrer habt, ihn auf jeden Fall schauen sollte, dass er niemals kaputt geht. Das heißt, lieber mal kurz abwarten, bis die Sonne wieder da ist und der sich entsprechend repariert. Das wird auch im Bildschirm angezeigt, steht daran, hey, es ist so viel Sonne, dass der Solarbohrer sich jetzt auflädt, das ist eine Info, die er bekommt. Darauf solltet ihr auf jeden Fall schon mal im Vorhinein achten, denn die Kosten für den Solarbohrer sind nicht ohne. Wenn ihr die Fähigkeit da habt, um ihn selber zu craften, dann geht das einigermaßen. Das Schwierigste dabei ist, dass ihr 60 Golderz braucht. Das heißt, ihr müsst erstmal Gold finden. Das findet man vor allem eher in den High-Level-Gebieten, gerade Rote Sande, Level 48 hier in dem Bereich, habe ich immer wieder gut Gold gefunden, wenn ich hier so lang gefahren bin. Gold, Silber findet man hier oben weitaus besser, meiner Erfahrung nach, als in den unteren Gebieten. Also da geht das. Aber wenn ihr ihn gar nicht erst habt und die Spezialisierung nicht habt, also diese Zweispezialisierung, die ihr im Endeffekt braucht, dann gibt es noch eine andere gute Möglichkeit, die ich euch auf jeden Fall raten sollte. Nummer 1 wäre natürlich in der Gruppe, bei euren Freunden oder in dem Clan, wenn ihr seid, nachzufragen, ob jemand die Fähigkeit hat. Weil derjenige kann euch einfach den Bohrer bauen und ihn euch dann einfach droppen oder halt eben handeln sozusagen. Und dann, wenn ihr darauf achtet, dass ihr ihn immer wieder aufladet in der Sonne, dann habt ihr den unendlich. Ihr müsst euch nicht darum kümmern, ihn neu zu bauen und das ist halt schon eine coole Sache. Wenn ihr jetzt kein Mate habt oder keiner Gilde angehört, weil ihr, wie ich, keine Freunde habt, dann gibt es auch noch eine andere Möglichkeit und zwar bei den anderen Spielern nachzuhacken. Wenn ihr auf die Karte geht, habt ihr die Möglichkeit, Verkaufsautomaten aufzustellen. Das könnt ihr selber machen oder eben die Verkaufsautomaten der anderen Spieler abchecken. Dann geht ihr oben auf der Map auf Verkaufsautomaten anzeigen und dann am besten noch unten links auf alle Verkaufsautomaten anzeigen. Das heißt, alle auch in den anderen Welten, in die ihr an den Teleporter wechseln könnt. Dann kriegen wir hier eine weitaus größere Übersicht. Alles, was golden ist, ist gerade in eurer aktuellen Welt, alles, was grau ist, in anderen Welten. Seht ihr hier zum Beispiel Welt 1 klein geschrieben, das ist auch Welt 1, hier oben haben wir auch Welt 1, das ist Welt 3 und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr im Endeffekt mal drüber gehen und schauen, wo hier entsprechende Sachen sind. Da wird leider immer nur die Kategorie angezeigt, aber findige Leute, die wissen, was sie tun, machen den Werbetext rein bei den Automaten, die man einstellen kann. Und dann ist neben Übersicht ein Text mit angezeigt und wir schauen jetzt mal, ob wir hier was finden. Hier zum Beispiel Backpack and Weight and Solar Drills. Das sehen wir schon, da bietet scheinbar jemand diesen Solar Bohrer an. Ob er noch verfügbar ist, ist natürlich eine andere Frage, aber so habt ihr die Möglichkeit abzuchecken, okay, was wird dir hier angeboten? Supermarkt hier am Start, manche hauen auch hier einen Solar Drill für 500 Asset zum Beispiel. Ob euch jetzt der Deal wichtig ist oder ob ihr jetzt dafür 500 Asset hergeben wollt, ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Viele verkaufen den auch für die Energielinks, da habt ihr die Möglichkeit natürlich mit diversen Perks, wie ich vorhin schon angemerkt habe, gerade in Kombination, der Solar Drill gibt eben da 100%. Was jetzt zum Beispiel Gold oder Silber angeht, halt Gold und Silber abzubauen, das in Bahn umzuwandeln mit eurem Perk, den ihr hoffentlich dann natürlich besitzt, um gut Geld zu machen. Und das ist wie gesagt nochmal der Edelmetallverarbeiter-Perk, da könnt ihr dann eben Gold und Silbererz einschmelzen, Gold und Silberbahnen, die beim MPC verkaufen. Da gibt es immer ein wöchentliches, ich glaube es ist ein wöchentliches Cap, was ihr da verkaufen könnt, aber da kriegt ihr Zehntausende von Energielinks, die ihr damit machen könnt. Und damit könnt ihr wiederum gegebenenfalls dann Bohrer kaufen, wenn er eben für Energielinks angeboten wird. Ja und mit dem könnt ihr dann entsprechend Gas geben, sei es wie gesagt das normale Erz, was ihr alles braucht, oder eben spezielle Sachen wie Gold, Silber oder auch Sternstauberz, da könnt ihr ordentlich reinhasseln und ihn eben effektiv nutzen. Und vor allem, wenn ihr darauf achtet, dass ihr ihn immer wieder aufladet, natürlich auch unendlich nutzen, denn er hat durch das Aufladen in der Sonnenzeit natürlich ein Potenzial unendlich benutzt werden zu können, ohne dass ihr einen neuen bauen müsst. Gerade wenn ihr eben den Perk nicht habt, das ist halt ultra wichtig, dass ihr immer darauf achtet, und dass ihr ihn nicht kaputt gehen lasst, weil sonst müsst ihr wieder jemanden finden, der ihn a. euch herstellt oder b. halt. euch verkauft. Ja und wenn ihr zukünftig natürlich keine Tipps und Tricks verpassen wollt, haut gern euer Abo hier auf YouTube rein und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ich bin erstmal raus. Euer Lost.